So saugefährlich klingen, einfach gefährlich klingen, egal was man sagt. So gefährlich klingen, dass keiner mehr was fragt und saugefährlich ausschägen, das wäre schon genial. Aber ich bin nicht sicher, ich überleg nochmal, vielleicht wird es der Gegensatz sogar noch besser bringen. So total harmlos aussehen und saugefährlich klingen, saugefährlich klingen, beim Sprechen und beim Singen. Du willst also anderen Angst machen, sagt mein Gewissen. Und ich dachte immer, du findest Angst machen, beschissen. Ich antworte nicht so grob, du musst verfeinern. Und du vergisst, man sollte nicht verallgemeinern. Ich möchte manchmal gern den Urinstinkt zum Schwingen. Und dazu muss man saugefährlich klingen, so saugefährlich klingen, beim Sprechen und beim Singen.